Hallo Leute, hier ist wieder eure Bella und heute gibt es ein neues Star Stable Video. Ja, heute gucken wir uns mal das alte Silverglade an, denn morgen wird ja Silverglade neu gemacht bzw. modernisiert. Denn Star Stable hat letzte Woche in der News-Vorschau gesagt, die Modernisierung von Silverglade wird enthüllt und morgen ist es tatsächlich soweit. Und ja, bevor Silverglade geändert wird, würde ich sagen, gucken wir uns in dem Video hier nochmal an, wie Silverglade denn vor dem Update aussieht. Und dann gucken wir uns mal an, wie Silverglade nach dem Update, also nach der Modernisierung aussieht. Ja, neben Silverglade, also hier diesen kleinen, ja ich will nicht sagen Städtchen, das ist eigentlich glaube ich noch nicht mal ein Dorf, so wenig Häuser wie hier stehen, steht hier direkt Steves Farm. Und ich glaube, die machen nicht nur Silverglade neu, sondern vielleicht auch die Wege so ein bisschen drumherum. Und ich finde, ich meine, ihr seht ja, Steves Farm ist ja wirklich direkt nebenan, das sind nur ein paar Meter. Und vielleicht verändern die Steves Farm auch so ein bisschen, also vielleicht verändern die die Scheune und auch hier die Koppel, vielleicht stellen die das auch anders, einfach nur anders hin. Und ich würde es auf jeden Fall begrüßen, weil es wäre schon komisch, wenn Silverglade Village neu gemacht wird und Steves Farm, also direkt daneben, das noch alles alt bleibt. Würde für mich persönlich keinen Sinn machen, keine Ahnung, ob Starstablet das in Angriff nehmen wird. Es wäre auf jeden Fall sehr schön. Ja, wir haben hier auf jeden Fall rundherum die alte Mauer, die hier auch überall solche Löcher hat. Ich habe mich schon von Anfang an gefragt, warum Silverglade so aussieht, also warum die Mauer an manchen Stellen Löcher hat. Hier ist nochmal so ein Loch, wo man durchreiten und durchspringen kann und da habe ich mir so gedacht, hä, warum? Hier wird eine Mauer gezogen, aber die Mauer hat Löcher. Übrigens wäre es auch mega cool, wenn die irgendwie den Jumpy-Platz verändern würden, weil Silverglade steht hier so ein bisschen auf so einem Hügel, oder? Ihr seht ja hier, hier ist der Hügel und dann geht es hier so mega tief ab zum Championat. Das sieht für mich immer ein bisschen komisch aus. Es wäre eigentlich echt cool, wenn die Silverglades so ein bisschen ebener machen würden. Hier ist die Mauer übrigens nochmal kaputt. Das ist jetzt schon die dritte Stelle, an der die Mauer kaputt war. Ich denke mal, okay, Stelle Nummer 4. Ich denke mal, die Mauer wird komplett überarbeitet werden und ich denke mal nicht, dass dann auch so eine kaputte Mauer dann da sein wird. Also ich denke mal, Silverglades bekommt, und noch eine Stelle, ich glaube, das ist jetzt die fünfte oder sechste Stelle. Also ich denke mal, Silverglades bekommt eine neue frische Mauer und die wird dann komplett geschlossen sein. Die Eingänge werden bestimmt auch anders sein und ja, das ist hier so der kleine Marktplatz mit diesen ganzen Geschäften, wie man hier sieht. Und ich hoffe wirklich, dass der Marktplatz erneuert wird, weil guckt euch das doch mal an. Das sieht so komisch aus. Hier stehen noch überall alte NPCs rum, alte Gebäude und so weiter. Die Geschäfte sehen jetzt auch nicht wirklich ansprechend aus. Ich meine, ja, die laden auch nicht wirklich so zum Shoppen ein. Uh, das ist aber eigentlich süß. Das ist oberteilig. Nein, ich hoffe jetzt nicht, darum geht es jetzt hier nicht. Ja, und der Brunnen, der muss auch auf jeden Fall erneuert werden. Ich denke mal, dass die NPCs hier, zum Beispiel die ganzen Leute, die hier an den Verkaufsstellen stehen, dass die auf jeden Fall neu gemacht werden, weil wir haben ja neue NPCs in Nebelfall, in Mistfall, wir haben neue NPCs in Redwood Point und ich denke mal, wenn Silverglade jetzt neu gemacht wird, werden die dann hier, denke ich mal, auch die neuesten NPC-Modelle, ähm, ja, mit eingebracht werden. Wäre auf jeden Fall günstig, ne? So, was haben wir denn hier noch? Genau, Derricks Poststation. Ich habe keine Ahnung, ob die Gebäude alle an ihrer Stelle bleiben und einfach nur die Gebäude selbst überarbeitet werden oder ob die wirklich Silverglade komplett umräumt. Das ist zum Beispiel, keine Ahnung, Derricks Poststation dann irgendwo da ganz hinten in der Ecke sein wird oder ob die hier auch am Marktplatz, am kleinen Marktplatz stehen bleibt. Keine Ahnung. Ach so, übrigens hier steht bei, bei, wie heißt er nochmal? Wie heißt du? Wie heißt du? Bei Felix. Bei Felix steht schon immer dieser alte Karrenwagen. Es gibt so viele schöne alte Modelle von diesem Planwagen. Da könnte auf jeden Fall auch mal ein neues Modell hin, wenn nicht sogar, ähm, komplett weglassen, diesen Planwagen. Hier haben wir auch nochmal ein Geschäft. Hier haben wir den Hairstyler, der wird auf jeden Fall auch bleiben. Und ja, das Geschäft hat ja zugemacht. Das wird logischerweise verschwinden, weil warum sollte das geschlossene Geschäft noch da bleiben? Ähm, so, dann haben wir hier noch einen anderen Eingang von Silverglade gehabt. Hier sind dann ein paar Häuser, wo die Leute dann wohnen können. Hier haben wir natürlich noch Big Bonnie. Jetzt wollte ich, jetzt wollte ich Big Bunny sagen. Nein, Big Bonnie mit ihrer Horse Machine, mit ihrer Pferdemaschine. Genau. So, dann haben wir hier natürlich noch das Wichtigste. Der Ratsmann, der Bürgermeister mit seinem, ja, na, der Ratsmann, genau. Mit seinem Haus, mit seinem Ratshaus, wollte ich sagen. Ja, mit seinem, wie heißt das? Rathaus. Ja, mit seinem Rathaus. Meine Güte, ja, der Ratsmann wohnt im Rathaus, logischerweise. Ich kam jetzt einfach nicht drauf. Das ist eigentlich auch ein ziemlich cooles Gebäude. Könnte aber auch mal ein Upgrade vertragen. Hier sind natürlich auch noch mal die ganzen Shops. Ich hoffe, dass wirklich, ja, dass Starstabby hier wie so eine kleine Straße macht, sage ich mal, durch ganz Silverglade. Und dass die dann so ein bisschen geteilt wird. Also, auf der einen Seite von Silverglade werden dann vielleicht die ganzen Shops stehen. Und auf der anderen Seite wird dann, wie gesagt, der Rex Poststation vielleicht stehen. Dann die Tierärztin, hier das Rathaus und so weiter. Also, bis jetzt steht halt alles in Silverglade so kreuz und quer. Ja, es sieht alles so ein bisschen wirrer aus, so ein bisschen unorganisiert. Hier steht einfach so ein kleiner alter Traktor rum und wieder echt Jimbo, beziehungsweise Jim 80 drauf. Okay, sehr lustig. Ja, vor allem, wenn man hier reinkommt. Ich meine, der Weg zum Schloss sieht schön aus. Guck mal, wenn man hier rausreitet, sieht man das Schloss so richtig schön. Das könnt ihr von mir auslassen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Wenn man aber wieder nach Silverglade reinreitet, das sieht so unansehnlich aus, oder? Ich meine, man sieht hier diese alte Mauer, diese kleinen, nicht so schön aussehenden Häuser, dieses Rathaus. Und ja, das ist alles nicht so wirklich ansehnlich. Ich meine, wer würde sich jetzt einfach mal hier so aus Spaß dahin flitzen und hinsetzen? Moment, ich mache mal kurz das Interface an. Okay, diese Ansicht zum Schloss sieht echt cool aus. Wenn ich mich hier aber so mal unschaue. Hm. Sieht nicht wirklich ansprechend aus, diese Aussicht, oder? Man guckt hier auf so ein komisches Haus. Ja, egal. Das sieht auf jeden Fall alles nicht so schön aus. Das muss Starstab auf jeden Fall mal alles erneuern und umplatzieren. Die weißen Zäune finde ich eigentlich ganz süß. Macht jetzt aber auch nicht wirklich viel Sinn. Vor allem, was nützt der Zaun hier? Diese kleine Absperrung. Man kann hier drumherum reiten. Hä? Ich habe das irgendwie nie verstanden. Also die Zäune sind nicht wirklich gut platziert. Die, keine Ahnung. Das wirkt alles so planlos und wirr. Und die Zäune machen keinen Sinn, weil man kann ja sowieso überall hin reiten und drumherum reiten. Und es sieht alles nicht so gut aus. Oh, hier gibt es übrigens noch einen Hairstylisten. Den vergesse ich irgendwie immer. Also ich habe irgendwie nur den anderen auf dem Schirm. Hier gibt es übrigens auch noch ein Geschäft, das ich auch jedes Mal übersehe, wenn ich hier ein... Oh mein Gott, was ist das für eine krasse Decke? Die Decke kenne ich, aber die hier? Oh mein Gott. Okay, das sind alles nicht so schöne Sachen. Die Decke finde ich eigentlich immer ganz schick. Es gibt sie hier noch für Sättel. Ja, die sind alle so alt. Steves alter Sattel. Und hier, oh Gott, krasse gelbe Trense. Krasses Zaumzeug. Oha. Okay. Ja, diesen Shop hatte ich nie so wirklich auf dem Schirm. Und ja, generell... Das war es eigentlich schon wieder. Wir sind rum. Also Silverglade ist keine wirklich große Stadt. Ich glaube, das kann man gerade mal so mit einem Mini, 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 Mini Dörfchen vergleichen. Weil es gibt wirklich nur ein paar Geschäfte und ein paar Häuschen. So Wohnhäuschen. Das war es halt schon. Mehr ist halt nicht drin. Und es ist halt alles nicht so wirklich durchdacht. Also von der Anordnung her. Die Gebäude stehen einfach irgendwie irgendwo rum. Genauso wie die ganzen Shops und so weiter. Ja, die NPCs, die stehen auch einfach nur so ganz komisch da. Sehr merkwürdig. Sehr creepy. Ja. So sieht das alte Silverglade aus, ihr Lieben. Und ich bin so gespannt, wie Starstabler das machen wird. Wirklich. Ich bin auf die Anordnung gespannt. Ich bin gespannt, was die so jetzt generell auch als Deko mit reinbringen. Ich meine, wir haben ja gesehen, was die alles so an Vegetation in Nebelfall, in Mistfall und auch in Redwood Point und in den Whitewoods, was die da so alles haben. So an Pflanzen und was die von diesen ganzen Pflanzen und Blumen und Büschen und Bäumen und alles sowas hier mit einbringen. Und vor allem, wie die Gebäude aussehen, wo die die ganzen Gebäude hinstellen und so weiter und so fort. Also ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt drauf und freue mich wirklich riesig auf das Update. Und vor allem freue ich mich auch darauf, ob die hier bei Steves Farm irgendwas machen. Weil wir haben ja, wie gesagt, direkt daneben hier den Transporter. Der Transporter heißt ja auch nicht Silverglade, sondern der heißt halt Steves Farm, weil das ist ja wirklich alles hier eins. Das ist direkt daneben. Wir haben hier auch wieder so einen süßen kleinen Traktor stehen. Wir haben hier so eine Heuballenmaschine, würde ich sagen. Ja, da kommen dann, das finde ich auch total sinnlos. Guckt mal, da hinten stehen die etwas grafisch neueren Heuballen und hier sind noch die ganz, ganz alten. Also wir haben hier wieder auf zwei, drei Meter Entfernung so eine komische Mischmasch-Grafik, was in meinen Augen nicht geht. Also wenn sie schon die Heuballen erneuern, dann alle, oder? Ich meine hier auch. Hier stehen auch noch alte. Das passt halt alles nicht mehr so zusammen. Hier auch, hier, hier steht ein neuer. Da stehen die alten, hier steht ein neuer. Und auch hier. Außen ist die Scheune noch mega alt, aber innen ist sie halt neu. Das hat ja Star Stable vor kurzem erst neu gemacht. Und das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ich hoffe wirklich, dass Star Stable Steves Farm auch noch so ein bisschen mit überarbeitet. Ich meine, die Scheune kann gerne dort stehen bleiben, wo sie ist. Genauso wie der Reitplatz, aber es muss halt grafisch angepasst werden. Die Verkaufsstelle, die bleiben ja, denke ich mal, so oder so, weil das sieht ja alles eigentlich schon ganz gut aus. Wir haben hier die neuen Fässer, die neuen Heuballen, neue Zäune. Die Pferde sind nicht neu, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Genau, also hier ist halt alte Grafik direkt neben neuester Grafik. Und das passt einfach nicht zusammen. Und ja, es wäre schön, wenn Star Stable Steves Farm ebenfalls mit grafisch überarbeiten wird. Also es wäre in meinen Augen nur sinnvoll. Weil, ja, genau. Es wäre sinnvoll und würde besser aussehen. Und genau. So, ihr Lieben. So viel zum alten Silverglade. Ich bin auf das, Kamera, ich bin auf das neue Silverglade wirklich sehr gespannt. Eure Meinung dazu natürlich wie immer in die Kommentare. Ganz klar, wir diskutieren doch gerne darüber. Und ja, habt ihr irgendwelche Erwartungen an das neue Silverglade? Oder sagt er euch so, ja, die Geschäfte und alles, was da vorhanden ist, das kann gerne so bleiben. Aber halt, es wäre ausreichend, wenn die Häuser und die Mauer einfach nur eine neue Grafik, ähm, ja, bekommen würden. Und wenn alles so an dem Platz stehen würde, da wo es jetzt ist, wäre auch nicht so schlimm. Oder findet ihr wirklich, dass Silverglade komplett umgekrempelt werden soll? Also, dass auch die Aufstellung der Häuser und der Geschäfte total anders werden soll? Oder, ja, schreibt einfach mal eure Gedanken in die Kommentare und ich bin auf jeden Fall gespannt, die zu lesen. So, das war es jetzt aber auf jeden Fall von meinen Videos. Ich hoffe, es hat euch wenigstens... Ist da hinten Dorina? Ich kann es nicht lesen. Aha, Mädchen, ich sehe dich. Ja, das war es auf jeden Fall von meinem Video. Ich hoffe, es hat euch wenigstens ein bisschen unterhalten und gefallen. Und ich hoffe, wir hören uns im nächsten Video oder nächsten Livestream. Der nächste Livestream kommt höchstwahrscheinlich, denke ich mal, morgen, wenn nicht, dann am Donnerstag. Weil ich möchte mir gerne mit euch zusammen das neue Silverglade anschauen. Und, ja, hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!